Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Ja, moin. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid noch alle am Pennen. Ich, wie ihr wisst, schon länger nicht mehr. Herzlich willkommen zu Bitcoin und Ethereum Update um 4.40 Uhr morgens. Aktuell ein Minus von 0,4 Prozent. Es ist nichts passiert. Was heißt, es ist nichts passiert, Mario? Ihr seht ja hier, dass diese 4 Stunden Kerzen, die nach unten gehen, immer relativ zügig aufgekauft werden. Wenn wir jetzt hier das mal wegmachen, werdet ihr das sehen. Guckt euch diesen langen Wig an. Auf 4.46 Uhr geht es im Moment, wenn wir komplett abverkauft. Diese leicht aufsteigende Linie hier oder diese Flagge habe ich auf Stundenbasis eingezeichnet. Und dann seht ihr hier, dass wir hier mit der Stundenkette durchgefallen sind, auf dem Support gebounced sind. Und jetzt das Ganze retesten. Kommen wir hier wieder rein, alles tiki-taki und ziehen dann weiter hoch. Alles klar, werden wir wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Tagen hier diese 48, diese aufsteigende Linie 48, 3, 48, 4, beziehungsweise hier die Oberkante dieser Flagge nach oben hin durchbrechen. Und dann ab die wilde Fahrt in Richtung Norden. Ansonsten sollten wir hier diese 46, 7, 46, 6 nach unten hin brechen. Dann sehe ich nochmal die rote Linie kommen. Bei 45, 7. Was wir nicht vergessen dürfen, auf Tagesbasis, Achtung, vom Hoch zum Tief sind wir im Moment ziemlich genau an dem 0,8, 3, 2er Fib Retracement. Das liegt bei 46, 7. Und diese 46, 7, ja, das ist genau diese goldene Linie, auf der wir jetzt abermals gebounced sind. Das haben wir hier überschritten und dann draufgeklatscht, draufgeklatscht, kurz mal hineingeschaut, jetzt wieder angetestet und gebounced. Durchbrechen wir das allerdings mal nach unten. Wie gesagt, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier nochmal hinkommen auf die rote Linie 45, 6. Aber, das ist dann, ja, diese Area, wo wir immer gesagt haben, 45, 6, 46. Und das ist diese Area, wo wir hier gesagt haben, müssen wir, ja, müssen wir, ja, müssen wir unbedingt nach unten hinbrechen. Und wenn wir das brechen, dann Moonshot. Ja, Moonshot hin oder her. Wenn wir davon wieder nach unten hinbrechen, dann gibt es auch einen Moonshot. Aber eher zum Erdkern, so ungefähr. Nein, so schlimm nicht, aber wenn wir das nach unten hinbrechen, wäre es natürlich alles andere als günstig. Geschweige denn, wenn wir dann auch noch hier diese rote, diesen Knotenpunkt ausnehmen, bei 44.000. Boom, 40.000 kann relativ schnell gehen, wahrscheinlich eher hier unten auf diese Linie 38, 9, 39.000. Ich würde es im Auge behalten, ne? Wir haben sowas schon mal, also sowas ähnliches schon mal gesehen. Und zwar zwei Tage in Folge an einer Linie abgearbeitet, dann ein bisschen seitwärts und dann runter. Das war nämlich hier hinten, wo sich diese beiden Linien wegmachen, diese beiden goldenen hier. Und dann werdet ihr sehen, ein grüner Tag, ein roter Tag, dann leichte Konsolidierung und dann abwärts. Ich will nicht sagen, dass das passiert, aber auf 4- und auf 1-Stunden-Basis seht ihr jetzt hier so eine Rundung. Das kann zur einen oder zur anderen Seite gehen, das ist überhaupt kein Problem, denn wir haben diese Rundung schon mal gesehen. Nach, ja, wir schießen nach oben und dann machen wir hier so eine Rundung. Und alle denken so, ja, wir kriegen jetzt hier so einen Rounding Top oder so. Seitwärts Konsolidierung, ein Shot. Also, ich würde hier wirklich darauf warten, falls wir diese goldene Linie hier, dieses Fib Retracement bei 46,6, falls wir das mal nach unten hin brechen. Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass wir wirklich auf diese rote Linie noch mal aufklatschen bei 45,7. Also, das sind dann 1.000 Dollar. Das kann dann auch relativ zügig gehen. Aber, wenn wir sowas nach unten hin durchbrechen, dann kommt es sofort hier auf diese goldene, 44,9 und hier wird es dann eng. Ab 44,000 wird es wirklich eng. Wir müssen dann halten, ansonsten klatschen wir richtig weiter runter. Und, ja, das wäre dann für alle Gewinne, die ihr bis jetzt gemacht habt, nicht so schön. Bei Ethereum im Endeffekt genau das Gleiche. Wir wollten den Tag, wir wollten den Tag immer wieder, immer wieder verbringen über diese goldene Linie. Und wir haben auch gesagt, hey Leute, das ist eine 3-Tages-, das ist eine Wochenlinie. Wir haben also ein bisschen Zeit, um das Ganze zu überwinden. Wir müssten das jetzt heute nicht sofort machen, aber es sollte dann schon irgendwo. Es ist jetzt der zweite, beziehungsweise heute wäre dann der dritte Tag in Folge, an der wir uns abarbeiten. Ein langer Weg hoch, drunter geschossen. Ein langer Weg hoch, drunter geschossen. Heute, dritter Tag und ihr seht auch, wir sind aktuell über der wichtigen Marke 3.375. Sollten wir die heute auf Tagesbasis nach unten hin verlassen? Ja, das ist diese rote Linie hier. Schauen wir mal. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir morgen hier diese aufsteigende goldene Linie antesten. Hier ist es erstmal wichtig bei Ethereum, dass wir diese horizontale goldene Linie halten auf Stundenbasis. Und dass wir jetzt hier nicht so eine Art Schulter-Kopf-Schulter machen, das nach unten hinbrechen. Denn wenn, dann werden wir heute noch auf dieser goldenen aufschlagen. Die verläuft bei 3.260, also ungefähr 3% tiefer als der aktuelle Kurs. Und ich sage auch nicht, hier wird es dann eng. Nee, bei Ethereum liegt das Ganze ein bisschen tiefer. Und zwar hier auf dieser grünen Linie. Durchbrechen wir die grüne Linie, die verläuft jetzt gerade, das sind 300 Dollar, das sind ungefähr 8, 9%. Sollten wir die nach unten hin durchbrechen? Ja, dann wird es richtig eng und dann kann es richtig Klatsche geben bei Ethereum. Darauf will ich definitiv. In der Augenberg werden wir auf ein bisschen längeren Time-Frape. Ansonsten, Stundenbasis ist relativ wichtig. Diese goldene Linie hier, sollten wir die nach unten hinbrechen. Geht es mal 3% tiefer. Dann kommt hier diese absteigende goldene Linie, die wichtig war. Das war nämlich auf Tagesbasis, diese Linie. Wenn wir die auch noch nehmen, ja, schauen wir mal. Dann geht es erstmal in Richtung 3.1, 3068 oder sowas. Und dann können wir gerne nochmal darüber reden. Also, wie die letzten Tage gehabt, sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum. Ich suche jetzt gerade keinen bullischen Entry. Dafür müssen wir bei Bitcoin die 48.000, 48.300 ist es ungefähr mittlerweile. Diese Linie ist leicht aufsteigend, nach oben hin überwinden. Und bei Ethereum den Tages- bzw. auch hier den 3-Tages-Close kriegen über dieser goldenen Linie. Das haben wir bisher auf Tagesbasis logischerweise, auf 3-Tagesbasis logischerweise und auch auf Wochenbasis. Nicht geschafft. Das müssen wir nach oben hin überwinden. Und dann können wir gerne weiter über bullische Entries reden. Ansonsten aufpassen, dass wir hier nicht so eine Art Rounding Top machen und dann wirklich überlaufen. Jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt mache ich mir keine Sorgen um Bitcoin, keine Sorgen um Ethereum. Es sieht weiterhin bullisch aus. Nur, dass wir hier ein bisschen, naja, relativ weit oben. Wir konsolidieren ja weit oben. Von daher ist das alles vollkommen im Rahmen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal wieder gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Ansonsten sehen wir uns gleich im All-Con-Update. Das scheint heute ein bisschen länger zu werden, denn da haben sich einige wieder Coins gewünscht. Und heute, weil Mittwoch ist, noch in einem Markt-Update. vara in einem Kommentar für den Algorithmus. Im All-Con-Update. swimming auf dem Markt